Was für uns wichtig ist, ist Kontakt zueinander, das heisst Kontakt zu anderen Bahnen, zu Herstellern. Es ist auch wichtig, Austausch zueinander, was neu ist, was verbessert wurde und das ist eigentlich schon sehr wichtig für uns auch. Vor allem, wie gesagt, für die Unternehmungen untereinander, auch die Kontakte. Also was immer interessant ist, ist zum Beispiel auch dieses Jahr übersent dieser Vorfall wegen dem Schnee lassen. Was auch interessant ist, ist das Bundesamt für Verkehr oder Kantonal. Die erzählen auch immer von Umfällen, in denen es passiert ist, dass man auch daraus lernen kann und vielleicht ab und zu ein bisschen mehr sensibilisiert wird auf gewisse Themen. Und das ist für uns eigentlich schon wichtig. Ich glaube, was auch immer wieder ein Thema wird sein, ist Permafrost. Das wird glaube ich viele, viele Bahnunternehmen sicher vor Probleme stellen die nächsten Jahre. Gletscher, die zurückgehen, Stützen, die sich verschieben, Stationen, die sich verschieben. Und das wird, glaube ich, für die Zukunft ein wichtiges Thema sein. Oder auch zum Beispiel Abdeckungen, Gletscherabdeckungen. Wie weit will man gehen, um den Rückgang vom Gletscher ein bisschen zu verlangsamen. Und das wird, glaube ich, zu verlangen. Was ist das, fellow kann sich natürlich in diesem Zeitpunkt gehen? Ich habe es wirklich schon gesagt. Ich mache es so, was mir. Die Zeitpunkt ist, wenn es sogar ein bisschen einfacher, Also war es auch immer noch ein bisschen mehr. Untertitelung des ZDF, 2020